Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update-Video. Ja, Bitcoin traded bei knapp 21.000 US-Dollar. Wir sind ins kleine Golden Pocket gekommen. War das möglicherweise schon der Short-Entry? Ich wage es weiterhin ein bisschen zu bezweifeln. Warum, wieso, weshalb? Schauen wir uns auf jeden Fall im Video an. Außerdem gibt es ein Setup, etwas riskier, muss ich gleich dazu sagen, aber ist auf jeden Fall machbar. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Dort kriegt ihr immer die neuesten Updates. Auch Signale werde ich dann jetzt langsam wieder reinposten, wenn sich die Struktur ein bisschen geändert hat. Und natürlich in der Talk-Gruppe, wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonstiges habt. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan bei knapp 21.000 US-Dollar wenig getan. Wir haben gestern im Livestream schon darüber gesprochen, dass wir hier das kleine Golden Pocket haben. Das ging jetzt hier bis 21.215 US-Dollar. Wurde abgeholt. Trotzdem, wir haben hier eine kleine Ineffizienz in dem Bereich der 21.325 US-Dollar. Aber das wäre für mich eher der Entry gewesen, als das Golden Pocket hier. Das andere ist, wir haben ja schon die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen. Wir haben hier oben eine Menge Volumenansammlung. Hier in dem Bereich der 21.650 US-Dollar. Und das ist eben dieser Punkt. Ich möchte jetzt Beispiel mal, um das jetzt schon mal ein bisschen vorweg zu nehmen. Wir haben hier das Golden Pocket. Wartet, ich zeige euch das mal. Hier das Golden Pocket. Werden wir jetzt hier rein. Der Stop-Loss müsste hier in die Region um 23.000 US-Dollar. Das sind 8,5%. Das ist deutlich zu viel für ein Setup, meines Erachtens nach. Ansonsten, auf welche Idee ich jetzt eigentlich hinaus will. So, wie gesagt, wir haben die Volumenansammlung hier oben in dem Bereich der 21.650 US-Dollar. Dann haben wir noch ein Cluster bei den 22.000 US-Dollar. Dafür gehen wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit rein. Schauen uns, warum haben wir hier oben diese Ansammlung. Das liegt an dieser Ineffizienz hier bei den 21.992 US-Dollar. Von diesem, in Anführungszeichen, Crash damals, wo es rapide nach unten hingen ging. Da ist auch das Fractal-Entschadranten. Deswegen würde ich hier noch ein bisschen vorsichtig sein und den Entry eher in die Region zwischen 21.650 legen. Es wäre immer noch 6% Risk, aber schon mal 2% weniger, als wenn wir jetzt im Golden Pocket reingegangen wären. Und dann möchte ich eben den Fahrplan weitergeben, dass wir auf jeden Fall zwei Entries machen. Das heißt, hier oben den Bereich der 22.200 US-Dollar. Das heißt, unser Entry verschiebt sich dann nochmal, wenn wir verdoppeln würden, auf nur noch 5,4%. Oder wir gehen den brachialeren Weg und legen nochmal ein Entry hier oben erst bei 22.400 US-Dollar. Dann wären wir in dieser 3%-Marke und die will ich eigentlich für ein Setup. Ich will nie mehr als 3-4% verlieren. Und da würde es sich sehr, sehr gut einfach anbieten. Und das ist jetzt momentan einfach der Plan, den ich verfolge. Ich bin persönlich schon in einem kleinen Short drinnen. Muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Aber nur, das ist wirklich nur Gamble-mäßig. Das ist, wenn er gut geht, dann geht er gut. Wenn nicht, dann wird er ausgestoppt. Das ist aber nichts für die Gruppe gewesen. Ich möchte für die Gruppe, sag ich mal, seriösere Setups, die wir auch wirklich, ja, die wir auch nachtraden können, sag ich jetzt mal, wo das Risk einigermaßen bekannt ist. Und da bietet sich das einfach an. Deswegen bleibt auch erstmal der Fahrplan klar. Das Golden Pocket lassen wir jetzt hier mal drin. Gucken vielleicht mal, wie ist die Reaktion hier oben in dieser Ineffizienz nochmal im 1-Stunden-Chart. Aber an sich bleibt das Setup 21.640, also minimal vor diesem WIC hier oben, um die Liquidität, sag ich mal, davor abzugreifen. Und dann eben zweiter Entry hier oben in der Region, ich sage jetzt mal 22.400. Aber Stop-Loss muss hier oben in die Region um 23.000 US-Dollar. Warum? Weil wir hier oben auch nochmal eine Menge Liquidität liegen haben bei den 22.800 US-Dollar. Das sehen wir auch hier, diese Volumen-Candle, die bietet sich hier oben nämlich genauso an. Also da müssen wir extrem, extrem vorsichtig sein. Und was wir auch natürlich noch haben, ist auch noch eine Ineffizienz. Also ich sage mal so, der Short, den wir hier eingehen, ist verdammt riskant. Da muss wirklich jeder wissen, ist ihm das Risiko das wert? Die Chance ist hoch, dass wir mindestens die 20.000 US-Dollar antesten. Aber das Risk ist verdammt, verdammt hoch. Der kann wirklich, sage ich jetzt einfach mal, in die Hose auch komplett gehen. Und wir ballern einfach da oben durch. Aber das Chancen-Risiko-Verhältnis ist für mich einfach deutlich besser gegeben. Und da müssen wir halt jetzt eben mal abwarten, wie sich jetzt der Kurs entscheidet. Kriegen wir die Ineffizienz hier oben noch gefischt? Vom RSI her würde es im 4-Stunden-Chart auf jeden Fall passen. Wir blicken ganz kurz nochmal auf den 1-Stunden-Chart. Da sehen wir auch, okay, RSI hat deutlich mehr Luft nach oben. Das heißt, die Chance, dass wir uns das da oben holen, ist sehr, sehr hoch. Und das alles kann nämlich auch nur ein Fake-Out sein, dass wir uns erst den WIG hier unten holen bei den 20.400 US-Dollar. Und dann eben nochmal hier hochgehen und unser valides Setup dann ausbilden. Also das ist die Chance, die ich eingehen möchte. Ich möchte jetzt nicht mehr hier noch irgendeinem Short hinterher rennen. Dafür passt mir der RSI nicht. Dafür passt mir die Volumenzirkulation, die hier oben einfach liegt, überhaupt nicht. Ich vermute, da wird jetzt erstmal die nächsten Stunden nichts passieren. Wir müssen warten, bis die Amis dann kommen. Gegen 14.30 Uhr, 15.30 Uhr irgendwo in dieser Region dann. Vorher würde ich erstmal hier nichts machen. Das Risiko ist einfach zu hoch. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Rising Wedge kommen, klar, hatten wir jetzt einen Retest, aber das Volumen, naja, war jetzt nicht wirklich Bombe. Wir kriegen hier kein Abverkaufsvolumen rein. Das spricht momentan einfach zu wenig hier, um einen Short-Impuls reinzugehen. Außerdem, Ziel weiterhin hier unten, die mindestens 20k besser wäre, 19 bis 18.5. Dort unten liegt die meiste Liquidität aufgrund des Golden Pockets, aufgrund Demands und aufgrund Ineffizienzen, aufgrund Vector Candles. Also ihr wisst auf jeden Fall, auf was ich hinaus will und das ist jetzt momentan erstmal der Fahrplan. Bei Ethereum würde ich weiterhin einfach Abstand nehmen. Nehmt einfach, vergesst diesen Short. Das Risk ist einfach deutlich zu hoch. Auch ansonsten wäre eine Möglichkeit, erst hier oben bei den 1.644 US-Dollar einen Short zu machen. Warum? Weil, wie gesagt, wir sind die letzten Videos immer drauf eingegangen. Bybit, diesem Wig Card, KuCoin, diesem Wig Card. Wir haben einfach zu viele Börsen, wo der Wig zu hoch ging und das gefällt mir nicht. Das Risiko, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen hier genauso bei unserem Top ein Entry, müssen wir halt mindestens damit rechnen, dass wir doch so einen Scam-Wig noch kriegen und das sind schon mal 2% einfach futsch. Und das Risiko ist zu hoch. Das möchte ich der Gruppe nicht antun. Und deswegen machen wir einfach nur den Bitcoin-Trade einfach rein, weil, wie gesagt, Ethereum, das lohnt sich nicht. Das ist einfach zu großes Risk und fände ich dann unseriös, wenn ich euch da immer davor warne und dann trotzdem hier ein Setup mache. Konzentriert euch auf Bitcoin. Ethereum lassen wir jetzt erst einmal, würde ich sagen, links liegen. Auch wenn das Ziel auch klar nach unten hin ist, auf jeden Fall. Sollte Bitcoin kurzfristig unser Ziel erreichen und sofort runtergehen, werde ich mir Ethereum auch nochmal ganz genau angucken in diesem Moment. Aber das muss dann ganz, ganz schnell gehen. Da sage ich wahrscheinlich nur, okay, ich bin jetzt in Ethereum drin, da und da mein Entry und dann lassen wir das laufen. Aber ansonsten würde ich hier erstmal von einem größeren Setup erst einmal die Finger von lassen. Also kann ich euch nicht mit Seriosität jetzt einfach ins Setup reinposten. Das bin einfach nicht ich. Und wir gucken nochmal ganz kurz auf den S&P 500. Auch hier Gap wurde erst einigermaßen angedippt. Jetzt haben wir ein neues Gap nach oben. Also das spricht auch nochmal dafür, dass wir nochmal ein Reversal kriegen. Und wir haben hier oben im Golden Pocket auch noch eine Ineffizienz. Also ich wäre hier jetzt momentan einfach zu riskant, einfach hier ein Short Entry einzugehen. Wir haben hier jetzt auch nochmal so ein kleines CME Gap beim Nasdaq. Spricht auch nochmal dafür so ein kleines Reversal. RSI hat deutlich abgekühlt. Und also nicht jetzt irgendwelchen Shorts hinterher rennen. Wenn es so ist, dann tut es mir leid. Dann brechen wir jetzt nach unten. Dann gibt es neue Nachkaufmöglichkeiten. Dann bereiten wir uns auf den Long vor. Aber das Risiko ist jetzt in der Phase einfach zu hoch. Und ich hoffe, ihr versteht es. Ansonsten, wie gesagt, macht es einfach wie ihr denkt. Aber das Risiko ist zu hoch. Gut, dann blicken wir gleich rüber zu den News. Schauen wir uns auch mal an. Ich habe es wieder nicht aktualisiert. Die National Australia Bank wird in Kürze einen neuen Stablecoin auf den Markt bringen. Ist das gut? Brauchen wir noch mehr Stablecoins? Wobei, umso mehr, wenn die auch gedeckt sind, wirklich, umso sicherer vielleicht auch. Muss man schauen, wie das wird. An sich gespaltene Meinung hier, ob man das einfach wieder braucht. Aber vielleicht ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Gut, dann würde ich sagen, später kommt noch das XRP-Update wie jeden Freitag online. Wenn ihr Bock habt, gerne vorbeischauen. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Start ins Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen und natürlich gerne in die Telegram-Gruppe reinscheuen. Das war es von mir. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.